schönen guten morgen ich bin gerade auf meinem morgendlichen spaziergang und da habe ich mir gedacht bernd mache ich gerade eine kleine frau für dich du hast ja anlässlich einer tausend abonnenten dazu aufgerufen und da bin ich doch gerne dabei du wolltest du hast ja mehrere aufgaben gestellt was man machen kann und ich habe mich dazu entschieden diese kleine wanderung hier zu filmen und vielleicht haben wir glück und sehen noch ein paar wildschweine vögel hört man heute morgen gar keine und was dein kanal betrifft ich bin ja schon sehr lange abonnenten einem kanal der gefällt mir einfach vielzeitig mir gefällt eine ruhige art wie du deine touren schilderst wenn du kochst oder messer vorstellst das ist einfach klasse und da kann ich auch nichts meckern das einzige aber das habe ich dir ja schon mal geschrieben ich würde gerne viel mehr videos von dir sehen aber das soll ja kein kritikpunkt seien nur eine anregung jetzt halte ich mal die klappe und werden nur noch filmen jetzt halte ich keine Okay. Okay. Ich habe natürlich auch ein Messer dabei, das wirst du kennen, mein Ramo, du hast ja ein ähnliches, tolles Messer, jo, und mein Fernglas habe ich natürlich auch dabei. Mein altes Lichter, 8x56, das habe ich eigentlich ständig dabei, wenn ich in den Wald gehe. Jo, das ist, hier sind wir jetzt an einem Schutzgebiet und da sieht man deutlich, dass wir viel zu wenig Regen hatten. Da ist noch kaum Wasser drin. Echt traurig. Ja, es ist einfach leer. Okay. Okay. Ich wundere es, dass man keine Vögel hört. Das war die Woche schon mal. Absoluter Wassermangel. Also dürfte es ruhig noch ein paar Tage mal richtig regnen. Wäre auch gut für die Pilze, weil Pilze wachsen auch bei uns hier noch keine. Ich habe mein Ziel schon fast erreicht. die Anglerhütte. still ruht der See. auch hier viel 15 meter wasser es ist schon fast der katastrophe und überall sieht man die spuren der wildschweine die sind neu so 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 Das war's. Das war's. Da hinten ist ein Graureier. Ja, da steht er. Das ist zu weit weg. Versuche mich mal anzupirschen. Das war's. 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 Das war's.